Was ist an dem Spruch dran? Willst du den Wettbewerb gewinnen, musst du ihn verlassen. Das klingt ja erstmal befremdlich, wo du sagst, naja, ist ein Quatsch. Aber im Umkehrschluss ist das gar nicht so doof. Weil, wenn du ja nur in deinem Umfeld denkst... Weil du nicht über den Tellerrand hinausschaust, Punkt, ganz einfach. Kommst du nicht weiter. Genau. Deswegen kommt ja auch die Idee, dass er sich in der Hoteller... Daher kommt ja die Idee, dass er sich in der Hotellerie umgeguckt hat. Und das mache ich aber ja mittlerweile auch. Jetzt im Marketing gucke ich mir ja zum Beispiel Schmuckunternehmen an, wie die eine Werbeanzeige schalten zum Beispiel. Das bringt dich auf ganz andere Gedanken.